Hallo alle, willkommen zu Ask the Driver. Wir sind hier in Kuala Lumpur und wir werden einige Fragen stellen, die Sie antworten. Wir sind hier in Malaysia. Nico? Ich mag es. Danke. Nein, es ist gut. Es war gut. Es war gut. Wir sind ja eh nur bis hier oben, oder? Ja, ich frag mich. Aber wir sind noch bis hier? Bis wo sind wir im Bild? Bis hier? Ja. Oder hier? Hier? Nicht hier. Hallo, willkommen zu ... Das war sehr gut. Ja. 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 Hallo, willkommen zu Ask the Driver. Wir sind hier in ... Nein. Das ist nicht gut. Das ist ein bisschen mehr. Okay. Let's try again. Aber da kommen jetzt auch Geräusche hier, ne? Stefan hat Interrupted. Ja, da kann ich. Okay. Stefan, du hostest das Show. Alright. Danke schön. Ich glaube, wir sind hier die gleiche. Auf Englisch aber, ne? Du, Rose? Wartest du? Bist du bereit? Lassen wir dich noch mal ein bisschen stehen da. Wie so eine Karotte. Sieht so gut aus. Hier da steht. Willst du starten der Show? Ja, ich werde es. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Willkommen bei Ask the Driver. Hallo, Leute. Willkommen bei Ask the Driver. Willkommen bei ... Esteban. Oh, soll wir ... Ja, lass mich wissen, wann wir starten. Esteban, wir verwenden Fragen. Ich bin schon hier. Let me take that. Meinst du, bei dem Wind hört man uns eigentlich? Ich bin schon hier. Ja gut, aber ... Ja gut, aber ... Soll ich ... Wer macht die ... You open the show. Aber ... Nee, dann doch. Okay, fang an. So ... Willkommen bei Ask the Driver. Willkommen bei Ask the Driver. Wir sind in China. Chinese Grand Prix dieses weekend. Willkommen zu unserem Team Hotel. Wir sind in China. Willkommen bei den Japanern. Wir sind in China. Wir sind in China. Willkommen bei den Japanern. So, soll ich das machen? Oder willst du das machen? Ich kann das. Ja. Und danke für all deine Unterstützung. Wir hoffen, dass du viel anstattest. Und nicht vergessen, dass du auf den Sauber F1 Team verabschiedst. Danke. Bye bye. Bye bye.